mein gott ja hallo tach erst mal ihr seht virtual reality es sitzt noch nicht mal alles hier richtig hab noch nicht mal richtig grüß naja gut gleich während wir hier mal hochfahren so dezent laut finde ich naja gut warum auch nicht während wir mal hier hochfahren so falls der ton hier sich so misshandelt anhört kann ich mal erzählen ich habe mir den scheiße aufwacht auf ja es kompliziert werden man in virtual reality beschäftigt ist alter leute aus so kommen wir sind jetzt fast schneller als ja werden wir jetzt mal kurz noch an die station einfahren und runter kann kurz erzählen und zwar ja ich spiel jetzt mal virtual reality wir fahren mal heute ein paar achterwaren können ja mal schauen was für ein scheiß ich hier machen kann da haben wir das und dann kann man hier das ist das tolle an diesen bestimmten achterwaren simulator man kann halt eben alles hier selber machen dispatch zum beispiel come on close close ich sehe jetzt eigentlich kein problem aber okay ich muss mal kurz schauen die steuerung ordner hoppla pause ich komme hiermit nicht zurecht hilfe hilfe hoppla nee ah cool ah ah ja komm on wir hauen jetzt mal richtig hier ich komme messen wir die seiten einfach mal oh ja das macht das jetzt noch mal um einiges geile holy shit haben wir machen mal kurz das menü aus gewesen wäre es wenn ich jetzt noch hier in holy shit man sie das ist cool das ist richtig na hoppla ja ich habe derzeit übrigens nur eine station eingesteckt das heißt sorry wenn wenn es vielleicht grafik bugs geben sollte aber gut naja gut 50 fps aufnahme hoffentlich läuft das soweit leute tut mir das nicht an ja und sie kommt auch bald wieder falls man das hört wenn ich sorry scheiße wir sind jetzt gleich wieder fast schneller als neun oder auch nicht verkackt ja kann man mal da ist im auszeige na hoppla das ist cool so artwork mäßig naja gut wir machen mal kurz hier beenden das waren das für ein effekt ist genau wir machen mal hier so haben wir zufällig aus dem workshop kommen wir starten einfach mal evaq total geil bei mir hängt das also wir warten jetzt mal kurz im übrigen ich bin gerade mit einem controller und auch mit einer base gerade nur also mit einem wie nennt sich das mit einem sommer jetzt fällt mir den namen mit einer so einer box das namen ich jetzt nicht mehr weiß ich hoffe natürlich jetzt das kram lädt ja ich richtig andauernd benachrichtigung jetzt auch 18 18 wisst ihr was das sollte sonst erst mal gewesen sein sehen wir uns beim nächsten teil na hoppla wenn es wieder heißt kommen wir spielen virtuell team ganz kurzfristig achterbahn bis dahin und ciao